Maths Timbre hat einen großen Impact, denn es ist eine der größten Gruppen von Spezialisten, Entwicklern und Technikern, um ihre Erfahrungen und ihre Verteidigungen zu sharen. Und ich denke, das ist ein wirklich starkes Bewegung. Die wichtigste Konferenz ist, dass sie mit anderen Buildern, Manufakturern, Distributors, und herausfinden neue und innovative Ideen, die jetzt sind. Die Leute hier aus den USA, von all over the world, und zu kommen zusammen und herausfinden, dass sie nicht alleine sind. Es gibt viele Leute, die zu tun, was sie zu tun. Und da sind viele Ressourcen zu bauen. Das ist das, was ein Event wie dieses wirklich macht. Es gibt Menschen die Hoffnung, zu fühlen, dass sie eine größere Community als nur sie selbst sind. Ich bin immer humbled bei der Creativität und der nächsten Leap forward, das wir sehen, über die ganze Mass Timbre movement sehen. Und das Konferenz hilft, mir zu bleiben, weil es ein sehr fast-movinges Ecosystem ist. Aufmerksamkeit und das Konferenz. Das Konferenz hilft, Vielen Dank.